Hallo zusammen und willkommen. Für Körper und Gehirn ist die richtige Ernährung das A und O. Während manche Speisen ungesund sind, helfen andere wiederum Krankheiten vorzubeugen. Speziell im Fall von Demenz zeigt sich deutlich, dass Menschen, die sich bewusst ernähren, selten an Demenz erkranken. Zwar gibt es keinen garantierten Schutz vor Demenz, jedoch lässt sich mit einer gesunden Ernährung das Risiko deutlich senken, sodass es sich lohnt, die eigene Ernährung einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Jeder kann das persönliche Risiko an Demenz zu erkranken deutlich reduzieren. Hierfür ist eine gesunde Lebensweise ausschlaggebend. Unter anderem erhöhen Tabak- und Alkoholgenuss das Risiko deutlich. Aber auch chronischer Bewegungsmangel und ein fehlender Schlafrhythmus wirken sich negativ aus. Doch auch die persönliche Ernährungsweise spielt eine ausschlaggebende Rolle. Ebenso können auch bestimmte Medikamente das Demenzrisiko signifikant erhöhen. Sich gesund zu ernähren, kommt dem Körper und dem Gehirn zugute. Hilfreich ist es, sich bewusst zu machen, dass grundsätzlich eine Ernährung, die gut für das Herz ist, auch gut für das Gehirn ist. Unter anderem vermuten Mediziner, dass Herzkreislauferkrankungen, ein zu hoher Cholesterinspiegel und Diabetes das Risiko an Demenz zu erkranken deutlich erhöhen. Dies macht deutlich, dass eine ungesunde Ernährung das Risiko in unterschiedlichen Formen zu erkranken deutlich erhöht und Demenz häufig zusätzlich zu bereits vorhandenen Erkrankungen auftritt. Zwar macht das menschliche Gehirn nur einen kleinen Teil unseres Körpergewichts aus, doch was den Energiebedarf angeht, liegt es bei ungefähr 20% des Gesamtbedarfs. So kommt dem Gehirn unter anderem eine vollkornreiche Ernährung zugute. Die hier in enthaltenen Kohlenhydrate werden in Form von Glucose im Gehirn verwertet. Doch unser Gehirn benötigt auch Eiweiße und Omega-3-Fettsäuren. Diese Antioxidantien sind unter anderem in Obst, Gemüse und Olivenöl enthalten. So wundert es nicht, dass eine mediterrane Ernährung sehr empfehlenswert ist. Einst als probates Mittel zur Blutdrucksenkung eingesetzt, erweist sich die sogenannte DASH-Ernährung als gute Ernährungsform, um Demenz vorzubeugen. Es handelt sich dabei um eine pflanzenbasierte Ernährung. Hierbei geht es nicht um einen Verzicht von einzelnen Lebensmitteln, sondern darum, bewusst auf Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte als Grundlage der Ernährung zu setzen. Tierische Produkte wie Fisch- und fettarme Milchprodukte können problemlos Teil der Ernährung sein. Wer nicht vollständig auf Fleisch verzichten möchte, sollte den Genuss weitgehend reduzieren und Geflügel bevorzugen. Besonders wichtig ist es, bei der Zubereitung der Speisen auf hochwertige, gesunde Öle zu setzen. Bevorzugt sollten Öle mit einfach ungesättigten Fettsäuren verwendet werden. Dies trifft auf Olivenöl zu, welches auch vorwiegend in der mediterranen Küche Verwendung findet. Auch Hanföl, Rapsöl und Leinöl gelten als sehr gesund, denn diese zählen zu den Ölen mit den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Neben den Essgewohnheiten beeinflussen aber auch Trinkgewohnheiten die Gesundheit. Grundsätzlich gilt ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Als Richtlinie werden in der Regel 2-3 Liter pro Tag angegeben, dies kann allerdings auch je nach Raumtemperaturen und Aktivitäten variieren. Neben Wasser dürfen auch koffeinhaltige Getränke zu sich genommen werden, denn auch Kaffee und Tee sind durchaus gesunde Getränke, solange sie nicht zu stark mit Zucker versetzt werden. Kommen wir nun zu ein paar Alltagstipps zur Demenzvorsorge. Hilfreich ist es, einen Speiseplan zu erstellen und so bereits gezielt beim Einkaufen gesunde Lebensmittel zu wählen. Speisen sollten immer aus frischen Lebensmitteln zubereitet werden, auf Fertiggerichte sollte vollständig verzichtet werden. Obst und Gemüse sollten täglich auch auf dem Speiseplan stehen. Omega-3-Fettsäuren sind in kaltgepressten Raps-, Lein- oder Olivenöl sowie in fettreichen Seefischsorten enthalten und sollten ebenfalls täglich zu sich genommen werden. Wertvolle Spurenelemente, Fett- und Eiweißbausteine können in Form von Nüssen zu sich genommen werden. Hier sollte eine Handvoll Nüsse täglich nicht überschritten werden. Auf Fleisch sollte weitgehend verzichtet werden. Besonders rotes Fleisch sollte gemieden werden. Du siehst also, eine gesunde Ernährung lässt sich relativ einfach umsetzen. Gerade in der mediterranen Küche finden sich abwechslungsreiche Rezepte, die durchaus alltagstauglich sind und nicht nur helfen das Demenzrisiko zu senken, sondern sich zudem auch positiv auf das Gewicht, Gelenkerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes auswirken. Selbst das Krebsrisiko wird durch eine bewusste Ernährung gesenkt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.